Sophie, guten Morgen. Komm, mein Schatz, wir stehen auf. Komm schon, du kleine Faulbohne. Komm, steh auf. Schau mal, Papa, wünschst du dir nicht auch manchmal, dass Mama wieder da ist? Wir wissen nichts über die Konsequenzen. Warte, ich hole noch kurz mein Buch. Warte, ich hole noch kurz mein Buch. Herr Baumgarten, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Schwester Gilda heute Nacht verstorben ist. Warte, ich hole noch kurz mein Buch. 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 Ja? Ja? Okay. Heute? Ja, na klar. Ja, kein Problem. Wird erledigt. Wir können die Leute jetzt reinlassen. Ja? Gut. Ich wünsche, ich muss bei dem ganzen Zirkus nicht mitspielen. Kann mir das nicht nachher einfach jemand erzählen? Das Leuchten des Eis verlosch. Seine Schale war noch ein wenig warm, wie die Haut eines Tieres, das nur kurz aus dem Winterschlaf erwacht ist und sich wieder hinlegt. Ein dunkles, zufriedenes Grollen war aus seinem Inneren zu vernehmen. Die Menschen strömten ins Kino. Die Türsteher, die vorher die Eingangstüren gesichert hatten, allten nun auf die Bühne, um das Ei zu bewachen. Zu unruhig waren die letzten Tage gewesen. Doch ohne das Ei als Protagonist und Dreh- und Angelpunkt der Geschehnisse der letzten Tage konnte diese Veranstaltung nicht stattfinden. Ohne das Ei dabei zu haben, konnte keine fundierte Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen werden. Was war es? Ein Werkzeug? Eine Gefahr? Ein Wesen? Das Ei zeigte die Kluft zwischen jenen, die den Wandel begrüßten, und denen, die in ihm eine Bedrohung für ihre etablierten Strukturen und Überzeugungen sahen. Die Spaltung war tiefgreifend und verlief entlang sozialer, politischer und wirtschaftlicher Linien. Das Ei wurde zum Symbol des Konflikts zwischen Fortschritt und Tradition, zwischen Individualität und Konformität. Trotz seiner bezaubernden Schönheit und der Fähigkeit, Menschen zu begeistern, konnte das Ei nicht die tieferliegenden Probleme und Differenzen der Stadtgesellschaft überwinden. Vielmehr verstärkte es die bestehenden Spannungen und verdeutlichte die Herausforderungen, vor denen die Stadt stand. Es war ein Zeugnis dafür, wie ein Objekt sowohl Hoffnung als auch Spaltung hervorrufen konnte. Dies ist eine Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Die Darstellung der Ereignisse mag ihnen an einigen Stellen verkürzt erscheinen, an anderen übermäßig detailreich ausgeschmückt. Denn natürlich sind sie hier im Sinne einer Geschichte zusammenfassend dargestellt. Wahrheitsgemäß, Wahrheit im Sinne von Nichtlüge. Der große Saal des Kulturkinos füllte sich zusehends. Man musste nachbestuhlen, wie bei besonders gut besuchten Kinopremieren. Bald war der Raum brechend voll. Auch Sophie war ins Kulturkino gegangen. Ihr Vater hatte in der Pension zu tun. Eine größere Reisegruppe hatte sich angemeldet. Das Mädchen war bei ihm geblieben. Sophie hatte sich geweigert, sie mitzunehmen. Nun saß sie alleine zwischen all den Leuten, von denen sie irgendwie niemanden kannte. Paula und ihre Clique lungerten bei der Eingangstür herum, aber sie hatte es geschafft, sich schnell und ungesehen durchzuschleichen. Die Menge um sie herum war seltsam gesichtslos und sie versteckte sich hinter einem Flyer der Initiative Zwenkau wunschlos glücklich, einer breit aufgestellten Vereinigung von Menschen, die gegen das Ei waren, gegen die Wünsche und gegen die Wünschenden. Es waren mittlerweile viele und es wurden immer mehr. Auch Briefträger Karsten Schwanitz schaute vorsichtig hinein. Toni Kräker winkte ihm freudig, leider waren bei ihm in der Reihe schon alle Plätze besetzt. Karsten suchte einen Platz, fand keinen, wollte am liebsten wieder gehen. Alle grüßten ihn, jeder kannte den Brief Karsten. Er schaffte das nicht, er konnte nicht in diesen Raum. Dudung, Dudung, Dudung. Sein Herz schlug schnell, er atmete schwer. Draußen atmete er erst mal tief ein und aus. Und ein und aus. Herr Bürgermeister? Der Bürgermeister stand dem Publikum abgewandt auf der Bühne. Seine Hand lag am Ei. Annett Müller kannte diese Momente der völligen Abwesenheit schon von ihm. Das hatte er manchmal so einen kurzen Aussetzer, in dem ihm die Welt zu viel schien und er irgendetwas in sich sammeln musste, um dann mit geballter Kraft Dinge zu erklären, zu erörtern, zu besprechen und zu befehlen. In solchen Momenten tat er ihr Leid, so wie einem ein Hund mit nur drei Beinen Leid tut, der sein Hinterleib auf einem Wägelchen hinter sich herzieht. Annett stieg die Stufen zur Bühne empor und ging vorsichtig auf ihn zu. Herr Bürgermeister? Vorsichtig berührte sie seinen Arm und zuckte zurück. Der Arm war hart. Der Bürgermeister war am Ei zu Stein erstarrt. Am Ende seines Lebens sinkt das Blatt immer tiefer. Es sinkt und sinkt und sinkt und sinkt auf den Meeresboden hinab. Gemeinsam mit anderen Pflanzenteilen und Tieren, die reglos im Wasser nach unten sinken und sich wiederum auf dem Blatt ablagern, sodass dieses zunehmend tiefer liegt, während der Meeresboden über ihm wächst. Jahre vergehen, Jahrhunderte, während sich Schicht um Schicht über das Blatt stapelt, während sich der Druck um es herum immer mehr erhöht. Es ist, als ob die Zeit selbst es in den tiefsten Abgrund dringt und es dabei in seiner Struktur, die einst ein Blatt war, komplett verändert. Der Druck und die Hitze der Erdkruste beginnen, auf es einzuwirken. Die Sedimente um es herum werden fester und fester zusammengepresst, immer mehr komprimiert, bis sie sich allmählich in feste Gesteine verwandeln. Manchmal, wenn der Druck und die Temperatur besonders hoch werden, schmelzen Teile des umgebenden Gesteins und bilden glühendes Magma, ein Anblick von beinahe unvorstellbarer Intensität. Das Magma steigt nach oben, durchbricht die Erdoberfläche und ergießt sich in gewaltigen Ausbrüchen. Doch das einstige Blatt bleibt an seinem Platz, eingebettet in festem Gestein, geschützt vor der brodelnden Glut. Die Jahrhunderte vergehen und es bleibt verborgen, tief unter der Erdoberfläche. Doch der Kreislauf der Gesteine nimmt weiter seinen Lauf. Durch Bewegung der tektonischen Platten wird es langsam an die Oberfläche gehoben. Zu diesem Zeitpunkt sieht die Erde schon lange nicht mehr so aus wie zur Zeit des Blatts. Jahrtausende sind vergangen. Die Elemente der Natur, Wind und Wasser, greifen es an. Ihre sanften, aber unaufhörlichen Berührungen brechen Teile von ihm ab, während die Zeit gnadenlos an seiner Oberfläche nagte. So beginnt der letzte Akt des Kreislaufs der Sterne. Sie werden zu winzigen Partikeln, zu Staub, der vom Wind getragen wurde. Sie lösen sich im Wasser auf und werden eins mit den unendlichen Weiten des Ozeans. Sie sind frei, doch zugleich sind sie verloren. Doch die Geschichte endet nicht hier, denn selbst in diesem Zustand des Zerfalls sind sie nicht vergessen. Ihre Bestandteile, die Phosphorverbindungen, werden von lebenden Organismen aufgenommen und als Nährstoffe verwendet. Sie werden ihren Weg in unsere Nahrungsketten finden. Sie kehren zurück in die Meereslebewesen und sind Teil eines neuen Kreislaufs. Fangen wir von vorne an. In der Nacht, in der sich die Geschehnisse um das Ei beschleunigt hatten, hatte sich der Mercedes von Patricia Wolf in eine glänzende Chemikalienpfütze verwandelt. Währenddessen hatten im Frühstücksraum der Pension Ronny Schwalbe und seine Tochter gesessen. Hier hatten sie schon einmal gesessen, vor fast genau vier Jahren, am 7. Juni, als Gilda Schwalbe nicht nach Hause gekommen war. Hier hatten sie gesessen, nachdem eine Ärztin ihnen mitgeteilt hatte, dass Gilda Schwalbe einen plötzlichen Schlaganfall gehabt hatte und die Reanimation erfolglos geblieben war. Hier hatten Sophie Schwalbe und ihr Vater auch gesessen, nachdem sie auf dem Friedhof gewesen waren, zusammen mit den vielen Menschen aus der Stadt. Hier hatten sie gesessen mit vorbeigebrachtem, selbstgekochtem Essen und Blumen. Es hatte lange gedauert, bis sie überhaupt wieder in der Küche in der Wohnung sitzen konnten, die ohne Gilda immer leer war. Nun saßen sie wieder hier und betrachteten das Mädchen. Das Mädchen kauerte immer noch vor dem Aquarium in einer fast unnatürlich anmutenden Haltung, unbewegt, als müsste sich ihr Körper zuerst zu Ende materialisieren. Ihre blonden Haare waren zu lockeren Bauernzöpfchen geflochten. Sophie war so weit wie möglich von ihr abgerückt, enttäuscht, wütend, alles zusammen. So hatte sie sich das nicht vorgestellt. Das wollte sie nicht. Es sollte weggehen. Das ist nicht Mama, sagte sie. Das Mädchen drehte den Kopf zu ihr und lächelte freundlich. Ich sehe anders aus, aber ich kann mich an alles erinnern, meine kleine Faulbohne. Weißt du noch, wie wir zusammen… Lass mich in Ruhe, fauchte Sophie. Das Mädchen wich erschrocken zurück. Und du? Fragte das Mädchen dann in Richtung Ronny. Weißt du noch, wie wir uns das erste Mal geküsst haben? Wer hat dich geschickt? Was soll das? Willst du uns verarschen? Die Wut in Sophie brodelte wie ein Vulkan, der kurz vor dem Ausbruch stand. Sie war gefangen in einem Strudel aus Emotionen, unfähig ihre Kraft zu kanalisieren. Verzweiflung und Zorn hatten sie fest im Griff und sie wusste nicht wohin mit all diesen starken Gefühlen. Ganz schnell und heimlich hinten am Sportplatz, redete das Mädchen weiter. Ronny erinnerte sich und lächelte. Sie streckte ihm die Hand hin. Er nahm sie unbeholfen, aber mit dem jugendlichen Körper, den Gilda nun hatte, fühlte es sich einfach nur falsch an. Sophie schaute zwischen den beiden hin und her. Was passierte hier? Was hatte das Ei da jetzt gemacht? Wütend stürmte sie aus dem Raum. Im Putzraum, an der Treppe, stand immer noch das Ei. Wie ein Symbol ihrer Frustration und ihrer inneren Zerrissenheit. Der schmale Durchgang zur Treppe schien noch enger geworden zu sein, als wäre sie eigens dazu gemacht, ihr den Weg zu versperren. Es schien viel schwerer geworden zu sein, als zu dem Zeitpunkt, als Sophie es hier noch hochgeschleppt hatte, voller Hoffnung auf ein neues, schönes Leben. Doch Sophie ließ sich nicht entmutigen. Sie kämpfte gegen den Widerstand an, zerrte, riss und schob das Ei mit aller Kraft die Treppe hinunter. Ein leises Knacken drang an ihre Ohren, gefolgt von einem ohrenbetäubenden, reißenden Geräusch, das wie ein kaskadierender Wasserfall ihre Sinne erfüllte. Doch dieser Wasserfall bestand nicht aus flüssigem Element, sondern aus Milliarden kleiner Steine, die nun frei und unkontrolliert ihren Lauf nahmen. Gleichzeitig schien auch in Sophie selbst etwas zu zerbrechen. Jede Faser ihres Körpers wurde zu Stein. Jede Flüssigkeit in ihrem Inneren verwandelte sich in winzige Kieselsteine. Es fühlte sich an, als ob das Innere ihres Körpers plötzlich erstarrt und versteinert war. Jeder Atemzug, jede Bewegung wurde von einem ungewohnten Gewicht begleitet und für einen Moment lang sah sie und spürte sie, dass es den anderen genauso ging. Maja, Majas Mutter Melanie, Frau Dreischal, Paula, Fitz, ihr Vater Ronny, sie alle sahen einanderfallen. Mit jedem Atemzug wurde ihr Bewusstsein von einer neuen, gemeinsamen Realität durchdrungen. Die einst fließenden Ströme des Blutes, die sanften Wellen der Tränen und der Schweiß wurden zu harten, unbeweglichen Steinen. Jede Bewegung, jede Berührung wurde von einer schweren Starrheit begleitet, als ob ihre Körper sich in unveränderliche Skulpturen verwandelt hätten. Sophie schossen Tränen in die Augen, aber verwandelten sich für den Bruchteil einer Sekunde in winzige, harte Körnchen, die auf der Haut verharrten wie eine unerwünschte Last. Das alte Holz der Treppe der Pension knackte und ächzte unter der ungewohnten Belastung nichtmenschlicher Bewegungsform. Das Ei polterte hinunter, stieß an den Seitenwänden an, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen. Dann war es plötzlich vorbei. Die Treppe atmete tief aus, als ob sie sich von der außerordentlichen Begegnung erholen müsste und verharrte dann still und regungslos. Vorsichtig stand Sophie auf, schüttelte ihre Gliedmaßen aus und schlich die Treppe hinunter. Vorsichtig hob sie das Ei auf. Es war auf einmal federleicht, als wäre es hohl, und brachte es vorne an die Straße. Alles Gute, Scheiß Ei, sagte sie. Dann ging sie schlafen. Einer der Monteure, der in der zweiten Etage in der Pension eingecheckt hatte, öffnete das Fenster. Auch wenn er nicht genau wusste, was ihn da aus dem Tiefschlaf gerissen hatte, spürte er, dass etwas Merkwürdiges passiert war. Er fühlte die Anwesenheit von etwas Großem, Fremden. Es hatte den Raum mit seiner Präsenz erfüllt und eine Aura des Uneklärlichen hinterlassen. Er beschloss, sich anzuziehen und eine Runde spazieren zu gehen. Wie genau das Ei an diesem Abend ins Schützenhaus kam, wissen wir nicht. Auch nicht, ob die Überlieferung folgender Situationen wirklich präzise ist oder vielleicht an manchen Punkten verzerrt, aufgrund der Tatsache, dass alle anwesenden Personen, die im Nachhinein darüber berichteten, im Laufe dieses Abends reichlich Alkohol konsumiert hatten. Übereinstimmenden Berichten nach, Lisa Bunse, Journalistin sowie Carsten Schwanitz, Briefträger, befand sich das Ei auf der Damentoilette, wobei Carsten Schwanitz dies nur berichten konnte, weil Lisa Bunse ihn, nachdem sie das Ei dort entdeckt hatte, dazugerufen hatte, weil er zufällig auch gerade unterwegs zum Toilettenbesuch, allerdings herrentollerte, gewesen sei. Übereinstimmender Bericht. Lisa Bunse habe nun Carsten Schwanitz erklärt, was es mit dem Ei auf sich habe. Übereinstimmender Bericht. Und ihn gefragt, ob er Lust habe, sich etwas zu wünschen. Carsten Schwanitz habe ein wenig überredet werden müssen. Bericht Lisa Bunse. Sich dann aber bereit erklärt, sich vor der Kamera etwas zu wünschen. Übereinstimmender Bericht. Lisa Bunse habe an dieser Stelle etwas Großes, Spektakuläres vorgeschlagen, wie beispielsweise einen Elefanten, damit dieser ein eindeutiges Beweisbild für die Kamera produziere. Übereinstimmender Bericht. Carsten Schwanitz habe die Hand aufs Ei gelegt. Übereinstimmender Bericht. Er habe sich einen Elefanten gewünscht und dies auch laut ausgesprochen. Bericht Lisa Bunse. Das Ei habe geleuchtet. Ein Eimal sei auf seiner Hand erschienen. Alle Lichter im Schützenhaus haben geflackert, doch passiert sei nichts. An dieser Stelle weicht die Schilderung von Carsten Schwanitz das erste Mal wesentlich von der von Lisa Bunse ab. In den Sekunden, als er seine Hand zum Ei geführt hatte, habe er plötzlich vor seinem inneren Auge Annette Müller, die im Rathaus arbeitet, gesehen. Sie sei wie aus der Unschärfe gekommen, immer näher und sie habe den Kopf gehoben und ihn ganz direkt angesehen und gelächelt. Dann habe das Ei geleuchtet und er habe gesagt, dass er sich einen Elefanten wünsche. Bericht Carsten Schwanitz. Den restlichen Abend habe Lisa Bunse damit verbracht, einen Elefanten in Zwenkau zu suchen. Bericht Lisa Bunse bestätigt von Patricia Wolf, mit der sie an diesem Abend im Schützenhaus einige alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Seine Vitalfunktionen sind in Ordnung, befand eine anwesende Ärztin, nachdem sie den Bürgermeister kurz untersucht hatte. Scheinbar hatte seine Starre mit einer Wunscherfüllung zu tun. Er wurde von mehreren Männern weggetragen und abseits der neugierigen Blicke sanft gebettet. Annette Müller ordnete pflichtbewusst die Unterlagen, die sie dem Bürgermeister morgens nach dem überraschenden Weckruf vorbereitet hatte. Wie immer hatte sie sehr gewissenhaft und gründlich gearbeitet und ein passendes Verfahren für den kurzfristig einberufenen Bürgerdialog recherchiert. Dass sie nun diejenige sein sollte, die diesen auch leitete, darauf wäre sie nie gekommen. Das hatte sie nicht vorbereitet, das war nun doch mehr als eigenartig. Sie musste kurz Luft schnappen. Vor der Tür befanden sich einige Grüppchen von Rauchenden und natürlich gab man Annette Müller bereitwillig eine Zigarette ab. Annette Müller, die in ihrem Leben noch keine Zigaretten geraucht hatte, drückte diese nach nur zwei Zügen wieder aus, weil ihr ein wenig schwindelig wurde. Und sie wollte sich gerade umdrehen und wieder hineingehen, als sie sich plötzlich auf unerklärliche Weise dazu eingeladen fühlte, sich noch einmal umzudrehen, als habe jemand Wichtiges sie gerufen. Carsten Schwanitz hatte Annette Müller natürlich längst bemerkt. Sein Herz schlug so laut, so laut, dass es durch die ganze Straße schallte und ein lautes Echo am Wasserturm erzeugte. Davon war er jedenfalls überzeugt. Und dann schaute sie ihn an. Carsten Schwanitz versuchte sich an wichtige Informationen aus seinem Podcast zu erinnern, aber… Sag mal, sagt Annette Müller, du hast mir die Blumen geschenkt. Ja, das stimmt, sagt Carsten Schwanitz überrascht. Er beginnt zu schwitzen und muss die oberen Knöpfe seiner Jacke öffnen. Ein rotes T-Shirt kommt zum Vorschein. Das war nett von dir. Ja, sagt Carsten Schwanitz. Ähm, danke. Du riechst gut, sagt Annette Müller. Du auch, sagt Carsten Schwanitz. Ich muss, sagt Annette Müller und geht wieder rein, nicht ohne nochmal zurückzuschauen. Carsten Schwanitz schmilzt förmlich. Wohin genau und durch wie viele Hände sich das Ei in dieser Nacht und den darauf folgenden Tag bewegt hat, ist unklar. Längst nicht über alle Wünsche und ihre Erfüllung wurde Buch geführt. Was jedoch mit Bestimmtheit gesagt werden kann, ist. Es wurde gewünscht, was das Zeug hielt. In dieser Woche gab es in Zwenkau mehrere Dutzend Haushalte, in denen mindestens ein hoher Lottogewinn anfiel. Einen besonders spektakulären Wunsch hatte ein Klempner geäußert, der mit den Worten Ich bin in dieser Sackgasse geboren und ich werde jetzt aus dieser Sackgasse rausfliegen, am Zwenkauer Rathausplatz abgehoben und in einem spektakulären Anflug Richtung See gesegelt war, völlig elegant und ohne jegliches Hilfsmittel. Es gibt ja verschiedene Arten, das Fliegen zu träumen. Für manche Menschen funktioniert es im Traum wie das Schwimmen und sie bewegen sich mit ähnlichen Bewegungen durch die Luft, vorwärts wie durch das flüssige Element. Andere Menschen träumen sich selbst mit Flügeln, Schwingen oder Flughäuten. Wieder andere schweben völlig schwerelos allen Grenzen der Physik trotzend durch die Lüfte und können allein durch Gedankenkraft über Richtung, Geschwindigkeit und Flughöhe entscheiden. Dieser Mann jedoch, wie zahlreiche Augenzeuginnen berichten, flog wie eine Schwalbe, jede kleinste thermodynamische Strömung ausnutzend mit dem Wind. Er schraubte sich höher und höher und glitt durch die Lüfte. Die Stadt lag klein und unbedeutend unter ihm, die Menschen waren fast nicht mehr zu sehen. Fast wurde er übermütig und versuchte waghalsige Flugmanöver. Die Menschen verfolgten ihn mit Blicken. Manche holten ihre Ferngläser heraus. Am Kap bildete sich rasch eine Menschentraube, als er zum See flog. Doch der Flug fand ein jähes Ende. Da die Wunscherfüllung nur auf das Zwenkauer Stadtgebiet bestanden hatte, stürzte er direkt hinter der Ortsgrenze auf ein Feld ab und trug schwere Knochenbrüche und innere Verletzungen davon. Ja, es gab so manchen spektakulären Wunsch, in einem Vorgarten schneide es ununterbrochen. Ein kleines Mädchen von zweieinhalb Jahren wünschte sich, dass all ihre Playmobilfiguren so groß waren wie sie selbst. Die meisten Wünsche waren aber weniger sichtbar. An dieser Stelle erlaube ich es mir, auch mich kurz vorzustellen. Sie wundern sich ja bestimmt, wer ihnen das hier alles erzählt. Mein Name ist René, René Ulich, aber sie können mich auch René nennen. Ich habe einen Großteil meines Lebens in Zwenkau verbracht. Auch ich habe gegenüber dem Ei einen Wunsch geäußert. Früher wollte ich gerne, dass alles so ist wie früher. Als ich aber die Gelegenheit hatte, mir wirklich etwas zu wünschen, bekam ich plötzlich Angst. Früher war vielleicht gar nicht alles besser, sonst früher waren wir nur besser gewöhnt, als an eine unstete Gegenwart oder eine ungewisse Zukunft. Wie das früher ausgegangen ist, wissen wir ja. Nun ja. Was wir uns wünschen, ist nicht immer schlau oder schön, aber was wir anderen wünschen, ist oft richtig hässlich. In dieser bedeutsamen Woche kam das Ei auch durch einige Zufälle und manche Fügung bei Familie Wagner vorbei. Im Neubauviertel am Kap war eine Streitigkeit zwischen zwei benachbarten Parteien eskaliert. Familie Wagner hatte sich schon vor langer Zeit einen guten Bauplatz gesichert. Jürgen Brotbeck, ein angesehener Jurist, hatte mit seiner Frau einer Staatsarchitektin angefangen, auf dem angrenzenden Grundstück zu bauen und Familie Wagner die Sicht zu versperren. Entgegen des ursprünglichen Plans wurde kein Bungalow, sondern eine mehrstöckige, imposante Vorstadtvilla errichtet, zum Ärger der Wagners. Alle Versuche, eine Klärung oder Lösung des Problems zu finden, scheiterten. Der Konflikt zwischen den beiden Männern, die sich anfangs gut verstanden und gerne zusammengegrillt hatten, eskalierte zunehmend, bis es dann zu einem verheerenden Unglück kam. Das Haus der Brotbecks stürzte nämlich ein. Ein Haus stürzt ja nicht einfach so ein, besonders nicht eins in dieser Preisklasse, aber doch manchmal passieren unerwartete Dinge. Glücklicherweise war niemand schwer verletzt worden, aber der Schock saß natürlich tief und der materielle Schaden ging in die Million. Brotbeck war davon überzeugt, dass Wagner ihn verwünscht hatte und schaffte es sogar einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken. Das Ei konnte nicht bei den Wagners sichergestellt werden und die ganze Familie war ohne Eimale. Jedoch stellte sich durch rasche und rabiate Nachforschungen der Brotbecks heraus, dass sich Wagner das Eimal hatte operativ entfernen lassen, um sämtliche Spuren zu verwischen, die ihn belasten könnten. Vergeblich. Die Rechtslage übrigens ist anhand problematischer Beweisführungen immer noch unklar. Jedenfalls war dies der Vorfall, nachdem das Ei in Gewahrsam genommen wurde. Im Rahmen des Bürgerdialogs musste nun darüber entschieden werden, was mit ihm passieren sollte. Als Annett Müller wieder in den Saal kam, war es drinnen immer unruhiger geworden. Die Situation war noch viel aufregender als der Bombenfund in Zwenkau vor einigen Jahren. Annett Müller atmete noch einmal tief durch und erklomm dann die Stufen zum Mikrofon. Sie moderierte den Bürgerdialog. Jeder Person standen fünf Minuten Redezeit zur Verfügung. Entscheidungen konnten nach dem Konsensprinzip nur nach einstimmigem Beschluss getroffen werden. Als erstes betrat Marie-Therese Dreischal das Podium. Seit sie sich Erfolg und Zufriedenheit vom Ei gewünscht hatte, strahlte sie förmlich. Das lag nicht nur an den Eibildern, die sie in nicht unerheblicher Stückzahl verkaufte. »Mir tut das Ei vor allen Dingen leid«, sagt sie. »Vielleicht muss es einfach ausgebrütet werden. Können wir es zudecken? Es weicher polstern?« Jemand aus dem Publikum schrie ihr ins Wort. »Ausbrüten? Was soll denn da rauskommen?« Und einige andere Wortmeldungen stimmten ein. »Ein Drache! Ein Dinosaurier! Ein Alien!« Frau Dreischal deckte das Ei mit ihren Schals zu und ließ sich nicht von den Rufen der Eigegner beirren. Das Ei hatte ihr so gut getan, es solle es nun auch gut haben. In diesem Moment betrat Maya, Sophies Freundin, das Kulturkino. Sie war mit Absicht zu spät gekommen, um sich nicht entscheiden zu müssen, ob sie sich zu Sophie oder zu Paula und ihrer Clique setzte. Nun fand sie gar keinen Sitzplatz mehr und stand am Rand. Frau Dreischals Geste berührte etwas in ihr. Es gefiel ihr, wie liebevoll sie die Schals um das Ei ausbreitete, es bettete und gleichzeitig vor nicht wohlwollenden Blicken schützte. Als nächstes ergriff Professor Reik Baumgarten das Wort und projizierte eine Powerpoint-Präsentation mit vielen Tabellen und Grafiken an die Wand. »Dieses Ei ist aus dem See gekommen«, begann er. »Wie einst die Kohle scheint es unserer Stadt Gutes und Gefahr zu bringen. Ein kurzfristiges Empfinden von Wohlstand mit einem hohen Preis.« In einer flammenden Rede angefeuert von den Anhängern der Initiative »Zwenker wunschlos glücklich«, begann er zu erklären, was seine interdisziplinären Nachforschungen über das Ei ergeben hatten. Während seiner Rede schweifte der Blick des Professors über das Publikum und blieb an einem Mädchen hängen, vielleicht zehn oder zwölf Jahre alt. Sie schaute ihn direkt an. Auf einmal stockte er in seinem Redefluss und verlor kurz den Faden. Doch dann hangelte er sich weiter durch seine Präsentation. Sophie konnte ihrem Onkel nicht richtig folgen. Irgendwas war nicht in Ordnung. Ihr Bauch tat weh. Sie ging auf die Toilette und schloss die Kabinentür hinter sich. Wussten sie übrigens, dass die mathematische Formel, um die Form von Eiern zu berechnen, erst vor einigen Jahren entdeckt worden ist? Und dabei geht es um Eier von dieser Welt. Meine Berechnungen ergeben, jeder Wunsch verbraucht eine unbekannte Art von Energie. Schwankung in der Stromnetzfrequenz, Magnetfeldveränderung, vereinzelndes Gehen im Publikum. Plötzlich hörte Sophie Stimmen draußen im Gang. Wenn die uns gleich nochmal über den Weg läuft, dann ist die platt, sagte Emma. Wie eine Flunder, ergänzte Zoe. Psst. Die Gang näherte sich. Langsam und so lautlos wie möglich zog Sophie ihre Füße hoch. So langsam kam der Professor zum Höhepunkt seiner Argumentationen. Haben sie in den letzten Tagen mal versucht, aus der Stadt rauszufahren? Je mehr Wünsche hier in Zwenkau erfüllt werden, umso weiter wird der Weg. Nach Leipzig ist man beispielsweise bereits jetzt mehrere Wochen unterwegs. Die Kurve steigt exponentiell. Bald wird es unmöglich sein, hier wegzukommen. Jedenfalls für diejenigen, die sich etwas gewünscht haben oder noch wünschen werden. Das Publikum lauschte gebannt. Das kam in der Tat vielen bekannt vor. Viele Menschen haben schon ähnliche Erfahrungen gemacht, dass sie Tage zu spät zu einem verabredeten Termin gekommen sind. Natürlich waren sie dann davon ausgegangen, dass sie sich den Termin falsch aufgeschrieben hatten oder ähnliches. Diese Erklärung hier war besser. Sophie hörte die Schritte der Mädchen draußen immer näher kommen. Sie sah, wie sich Schuhe ihrer Kabine näherten. Sie versuchte ganz, ganz still zu sein. Die Zeit drehte sich endlos. Aber das ist nicht das Schlimmste, sprach der Professor weiter. Meine Hypothese ist, das Ei versetzt uns nicht nur auf Reisen, sondern auch allgemein in ein merkwürdiges Zeitraffer. Uns alle. Noch ist es wenige Tage da, so kurz, dass es nichts ausmacht. Doch bald wird sich die Alterungserscheinung beschleunigen, dass wir innerhalb von weniger Tage Jahrzehnte verlieren werden. Zeit! Das Ei lebt von unserer Zeit! Die braucht es, um zu reifen. Zu reifen zu... zu was? Sophie saß wie versteinert in ihrer Toilettenkabine. Die Wände schienen auf sie zuzukommen. Die Zelle fuhr mit Höchstgeschwindigkeit. Alles drehte sich. Ihre Muskeln brannten, sie konnte ihre Beine nicht mehr oben halten, aber sie hielt still. Freeze! Die Mädels draußen bewegten sich auch nicht. Doch dann fiel ein Tropfen in die Toilette. Es war ein großer Blutstropfen. Sophie erschrak. Fassungslos schaute sie das Blut an. Ein Geräusch? Und schon tauchte Paulas Gesicht über der Tür auf. Du hast uns etwas gestohlen. Nun schaute Emma auch über die Tür. Und unser Geschäft zerstört. Da ist nun auch Zoe. Sophie zog panisch ihre Hose hoch. Lasst mich in Ruhe. Ihr seid bei meinem Onkel eingebrochen. Ihr habt das Ei geklaut und dann damit Geld verdient. Emma spuckte Sophie mitten ins Gesicht. Reich ließ seinen Blick erneut über das Publikum schweifen. Wenn wir nicht gegensteuern, wird das Ei uns als Gesellschaft spalten. Ganze Kulturen sind deshalb schon untergegangen. Sophie setzte sich auf den Toilettendeckel. Konnte sie es aussitzen? Irgendwann musste ja jemand kommen. Aber es kam niemand. Du schuldest uns was und nun wirst du dafür bezahlen. Paula setzte sich nun oben auf die Tür, drehte eine Schere um den Finger und warf sie dann hinunter. Haare abschneiden. Sophie brach in Tränen aus. Plötzlich waren da Schritte im Toilettenraum. Ein Handgemenge. Emma und Zoe kreischten laut auf. Dann verschwand plötzlich Paula von der Tür oben. Ganz langsam drehte Sophie den Schlüssel. Ganz langsam öffnete sie die Tür. Emma und Zoe waren weg. Paula lag auf dem Boden, den Arm unnatürlich auf den Rücken gedreht. Und darauf saß das kleine Mädchen mit den Zöpfen und sagte lächelnd und mit sehr ruhiger Stimme. Gut siehst du aus. Wir haben das alles auch schön auf Video. Du solltest jetzt mal ganz in Ruhe überlegen, ob du eine schöne Zukunft haben willst oder im Jugendknast landen willst. Mit einem Blick auf Emma und Zoe, die durch die Tür hineinlinsen. Und nimm deine beiden Pfiffis mit. Das Wünschen muss aufhören. Der Blick des Professors wanderte erneut durch die Menge, aber er konnte niemanden erkennen. Die Initiative Zwenkau wunschlos glücklich hatte sich formiert und war sichtbar gewachsen, seit sie vorne vor dem Eingang gestanden hatte. Zwenkau wunschlos glücklich. Zwenkau wunschlos glücklich. Zwenkau wunschlos glücklich. Vielleicht ist es nicht wie es scheint, sprach er weiter. Wer sagt euch denn, dass es ein Ei ist? Ausbrütenpfah und kein Raumschiff. Was, wenn es uns erforscht mit uns spielt? Ähm, Herr Baumgarten? Annett Müller tippte auf ihr Handgelenk und machte die international anerkannte Geste für Timeout. Sie hatte bei den Ausführungen des Professors die Uhr vergessen. Er hatte die Redezeit völlig überzogen. Nun moderierte sie ihn freundlich ab und warf einen Blick auf die Redeliste. Ehrlich gesagt hatte Annett Müller nicht etwa der Rede des Professors so aufmerksam zugehört. Nein, von ihrer Position am Bühnenrand hatte sie einen hervorragenden Blick auf Carsten, der hinter der letzten Sitzreihe stand und nervös seine Mütze in den Händen knetete. Ab und zu schaute er zu ihr rüber und manchmal trafen sich ihre Augen und irgendwie hatte Annett auf einmal das Gefühl, dass sie noch nie zuvor gehabt hatte, dass etwas Bedeutendes passierte und dass sie ein wichtiger Teil davon war. Unwillkürlich musste sie lächeln. Sie konnte nichts dagegen tun, außer sich schnell die Hand vors Gesicht zu halten und einen kleinen Hustenanfall vorzutäuschen. Sophie hockte immer noch zusammengekauert auf dem Toilettendeckel. Die Clique hatte sich zurückgezogen und sie kamen auch nicht wieder. Das Mädchen kam in die Kabine und nahm sie lange in den Arm. Sophie weinte und weinte. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Ach, guck mal. Gilda entdeckt, dass auf der Toilette sogar eine Packung Tampons liegt. Mittlerweile gibt es das sogar auf öffentlichen Toiletten. Ach, wie toll. Gilda lässt Sophie einen Moment Privatsphäre in der Kabine. Mama? Ja. Bringst du mir das bei? Na klar. Ich meine nicht die Tampons. Ich meine, wie ich keine Angst vor denen habe. Gilda nimmt Sophie in den Arm. Deshalb bin ich hier. Mama? Ja. Ich nenne dich einfach Gilda, okay? Ich schließe mich meinem Vorredner an, begann Patrizia Wolf ihre Rede. Sie hatte lange darüber nachgedacht und sie in ihrem Kopf hin und her gewälzt und geschliffen wie einen Diamanten. Das Ei ist gefährlich. Sie als Stadtbevölkerung müssen sich darüber Gedanken machen, was passiert, wenn Regeln des Zusammenlebens einfach durch Wünschen außer Kraft gesetzt werden. Ein Beispiel. Ich wollte hier in Zwenkau einen internationalen Touristenmagneten schaffen. Dem stand nichts entgegen, bis plötzlich aus dem Nichts ein Grundbucheintrag auftauchte, den es vorher definitiv nicht gegeben hatte. Frau Winkler hat betrogen. Gisela Winkler, die in einer der ersten Reihen saß, stand empört auf. So lasse ich mich hier nicht beschimpfen. Unbeirrt fuhr Patrizia Wolf fort. Dieses Ei verändert die Realität. Was bleibt uns, wenn wir uns nicht auf die eine für alle gleiche Realität verlassen können, wenn Fakten manipulierbar werden wie Meinungen? Ein Zwischenruf aus dem Publikum. Das müssen Sie doch erstmal beweisen. Aber gerne. Schauen wir uns Frau Winkler an, die sich mit unlauteren Methoden mit einem Wunsch das Grundstück zu eigen gemacht hat. Zeigen Sie Ihre Hände. Gisela Winkler hob langsam ihre beiden geschlossenen Fäuste. Zeigen Sie Ihre Hände, kreischte Patrizia Wolf. Lass es los, Mädchen, sagte Gisela Winkler sanft und öffnete furchtlos ihre Hände. Ihre Handflächen waren makellos. Eine Raun fuhr durchs Publikum. In diesem Moment, als die Aufmerksamkeit der Menschen kurz nicht beim Ei war, passierte etwas Unerwartetes. Eine kleine Gruppe Männer mit sehr ordentlich ausrasierten Nacken löste sich aus dem unübersichtlichen Knäuel der Initiative Zwenkau wunschlos glücklich. Sie traten hervor und bahnten sich mit energischen Schritten ihren Weg zur Bühne, während der Wachmann machtlos dastand. Die Männer hatten eine entschlossene Ausstrahlung. Ihre Gesichter waren maskenhaft und ihr Auftreten zeugte von zielgerichteter Entschlossenheit. Mit synchronisierter Präzision erreichten sie die Bühne und griffen nach dem großen Ei. Es war offensichtlich, dass es von beträchtlichem Gewicht war und dass einer von ihnen allein nicht in der Lage gewesen wäre, es zu bewegen. »Bitte bleiben Sie ruhig, Ihnen wird nichts geschehen«, dröhnte eine Stimme aus einem Megafon, das einer der Männer fest umklammerte. Die Menschen waren aufgesprungen und versuchten, sich ihnen in den Weg zu stellen, doch ihre Versuche wurden schnell zunichte gemacht. Ein Mann holte mit einer fließenden Bewegung einen Teleskopschlagstock hervor und legte damit seine Entschlossenheit zur Schau. »Wir werden das Ei sicherstellen«, erklärte der Mann mit dem Megafon, mit einer Mischung aus Überlegenheit und Unnachgiebigkeit. »Es wird hier viel geredet, aber niemand kümmert sich wirklich darum. Wir werden nicht zulassen, dass es unsere Ordnung gefährdet.« Doch bevor die Situation eskalieren konnte, handelte Toni Kräger blitzschnell. Mit einer geschickten Wendung überrumpelte er einen der Männer und brachte ihn in einen Schwitzkasten. Innerhalb einer Sekunde hatte er ihn fest im Griff und ließ nicht locker. »Loslassen«, rief der Mann, dessen Stimme nun von Anspannung durchdrungen war. Doch Toni Kräger zeigte keinerlei Anzeichen, seinen Griff zu lockern. Er behielt die Kontrolle über die Situation und bewies seine Entschlossenheit. In dem Chaos gelang es ihm, auch einen weiteren der Männer zu überrumpeln und in Schach zu halten. Die Machtverhältnisse hatten sich abrupt verschoben und die Männer der Initiative Zwänker wunschlos glücklich fanden sich plötzlich in einer ausweglosen Lage wieder. Der Dritte, der mit dem Schlagstock, machte einen Schritt rückwärts, dann sprang er hoch, riss und hier begann sich alles anzufühlen wie eine sehr, sehr langsame Zeitlupe. Durch den Teleskop-Schlagstock hoch nahm Schwung aus der vollen Rückenmuskulatur und ließ in einem perfekten Bogen, genau getimt mit der Geschwindigkeit, die sein eigener Körper durch die Gravitationskraft bekam, den Schlagstock auf die Schale des Eis herabsausen. Das ohrenbetäubend laute Geräusch durchdrang die Luft und ließ die Umgebung erzittern. Es war ein Klang, der selbst die mutigsten Seelen erschütterte und eine unheimliche Präsenz im Raum schuf. Es begann mit einem tiefen, grollenden Donnern. Das wie der Aufschlag einer gigantischen Keule auf felsiges Gestein klang. Es schien, als würde die Schwerkraft ihre ganze Kraft entfesseln und die Welt um sich herum in ihren Grundfesten erschüttern. Dieses Donnern wurde von einem dröhnenden, basslastigen Knirschen begleitet. Mit jedem Moment wurde das Geräusch lauter und bedrohlicher, bis es die Grenzen des Erträglichen überstieg. Das Zermalmen von Steinen wurde hörbar, als ob gigantische Mühlen am Werk wären, die Gestein zu Staub zerrieben. Das Quietschen von Kieseln und das Knacken von Felsbrocken, die unter der unbarmherzigen Gewalt zerbrachen, drangen wie schrille Schreie in das Ohr. Jeder einzelne Ton schien sich direkt in die Nervenbahn zu graben und den Verstand zu quälen. Es war, als würde man von einer gewaltigen Lawine überrollt, die einen mit ihrer Wucht zu erdrücken drohte. Selbst in der Ferne konnte man die Schallwellen spüren, die das Geräusch erzeugte. Sie schienen die Luft zu verdichten und ließen sie schwer und drückend werden. Es fühlte sich an, als würde die Welt um einen herum zusammenbrechen, als ob das gesamte Universum in einem entsetzlichen Crescendo aus dem Geräusch und Zerstörung versinken würde. Inmitten dieser Kakophonie des Chaos und der Zerstörung war es beinahe unmöglich, klare Gedanken zu fassen. Es war eine akustische Gewalt, die einen in ihren Bann zog und keinen Raum für Flucht oder Rettung ließ. Diejenigen Menschen, die sich etwas gewünscht hatten, wurden erneut von der unerträglichen Schwere gepackt, die Sophie und die anderen ersten Wünschenden zu Boden geworfen hatte. Als Sophie das Ei die Treppe hinabgestürzt hatte. Sie alle waren verbunden. Sie waren Teile des Kreislaufs und sie spürten es mehr als andere. Ein paar Camper, die zu diesem Zeitpunkt am Stellplatz am See gewesen waren, behaupteten später, der See habe im Puls der Schallwellen geatmet. Als habe er sich gehoben und gesenkt, jedoch ohne überzulaufen. Einfach, als sei er als Ganzes, quasi wie ein Wasserklotz, einige Meter nach oben gehoben worden, ohne dass auch nur ein Tropfen seine Position neben den jeweils anderen Tropfen aufgegeben habe. Ohne Wellen, ohne Überlaufen. Die Securities, peinlich berührt, dass sie diesen ganzen Vorfall nicht verhindert hatten, führten die drei Männer raus. Toni Kräker rollte das Ei zurück auf seinen Platz, Frau Dreischal deckte es wieder zu. Annett Müller nickte, als Toni Kräker fragte, ob er kurz ein paar Worte sagen dürfe. Ich weiß, hier sind viele, die mich nicht in allen Augenblicken ernst nehmen. Ich habe es am Strand gefunden und es dem Professor gezeigt. Vorher habe ich es vermessen. Es ist 92 Zentimeter hoch und 75 Zentimeter breit. Diese Zahlen habe ich mein Schema eingebracht und so meine Ideen dazu. Die 2 kommt vor, wir sind ja auch im 20. Jahrhundert. Die steht für die Emotionen, für das Gefühl, für alles, was mit der Weiblichkeit zu tun hat und sucht auch immer wieder das Du. Wir leben ja in einer Zeit, in der das Ich wichtig ist, aber das Ei sucht das Du. Es möchte die Menschen verändern. Vielleicht taucht es immer wieder auf und bringt die Menschen auf den richtigen Weg. Es bringt die Menschen nach oben, stellt Gleichgewicht her. Was macht das Ei so besonders? Versucht es, die Menschen wieder auf den richtigen Weg zu bringen? Die 5 steht für Glauben, den Glauben an dich selbst. Die 9 steht für Veränderung. Etwas ist abgeschlossen. Dann kommt das Next Level. Die 7 taucht zweimal auf. Die 7 steht für Natur. Kommt das Ei aus unserer Natur, aus einer anderen Welt? Die 7 kommt zweimal vor. Das ist die 14, die Selbstbegrenzung. Viele denken nur an sich, begrenzen sich. Die Lösung davon ist wieder die 5. Der Glaube an die Menschheit, dass der konstant da ist. Lasst euch keine Angst machen. Lasst euch nicht schlecht machen. Tony Krager verließ die Bühne. Jemand klatschte. Kurz zurück zu mir. Ich habe mich ja schon vorgestellt, aber noch gar nicht verraten, was ich mir gewünscht habe. Als ich die Gelegenheit hatte, mein Leben mithilfe des Eis zu verändern, habe ich erstmal gründlich darüber nachgedacht. Ich wollte nicht nur eine kleine Änderung. Wenn schon, denn schon. Dann habe ich mir gewünscht, von hier zu verschwinden. Ein neues Leben anzufangen. Nach meinem Wunsch ist das Ei warm geworden und es hat geleuchtet, so wie ich das auch vielen anderen Schilderungen entnommen habe. Ich wartete darauf, was nun kommen würde. Das passierte nichts, obwohl meine Hand ein Ei mal zeigte. Also wartete ich. Ich ging in einen Dönerimbiss, um mir etwas zu essen zu bestellen, aber er wurde nicht bedient. Das fand ich unhöflich. Ich beschwerte mich, aber man ignorierte mich. Dann ging ich in den Supermarkt, aber auch an der Kasse nahm man mich nicht wahr. Nach zwei, drei weiteren Versuchen wurde mir klar, ich war unsichtbar. Ich fand diese Art der Wunscherfüllung zwar überraschend, aber nicht uninteressant. Es war ja jetzt auch nicht so, dass man mich vermisst hätte. Ich konnte mich überall umschauen, überall hingehen. Ich spielte Mäuschen bei den Menschen, lief ungesehen in deren Häuser, schaute in ihre Schränke, setzte mich auf ihren Küchentisch. Ich passte dabei immer auf, keine offensichtlichen Spuren zu hinterlassen. Ich besuchte Menschen in ihren Schlafzimmern und schaute mir an, was sie auf den Computern haben. Ich ging ganz nah an andere Menschen heran, um ihren Geruch zu riechen. Eines Abends ertappte ich mich dabei, wie ich mich neben einem meiner Freunde auf die Couch sitzte und mit ihm und seiner Familie Fernsehen guckte und mir eine Träne die Backe herunterkullerte. Ich fühlte mich leer. Also suchte ich mir Aufgaben. Ich half älteren Menschen beim Tragen ihrer Tasche. Meistens fiel ihnen das nicht einmal auf, sondern sie hatten den Eindruck, selbst wieder deutlich stärker geworden zu sein. Ich brachte verlorene Gegenstände zurück, wenn mir welche auffielen, und ich überraschte Menschen mit unerwarteten Kleinigkeiten. Obwohl niemand weiß, dass ich es bin, freue ich mich, wenn die Menschen sich freuen und entspannter durch den Tag gehen. Ich besuche oft Leute auf dem Wohnmobilstellplatz am See. Die kenne ich nicht, die sind im Urlaub, die sind entspannt. Fast alle erzählen von spannenden Orten, an denen sie waren oder zu denen sie fahren. Als nächstes auf der Rednerliste steht Maya. Sie ist ein wenig aufgeregt vor dem großen Saal, aber spricht beherzt ins Mikrofon. Ich möchte mich gerne Frau Dreischal anschließen und Herrn Kräker. Das Ei will uns nichts Böses. Wir sollen es nicht zerstören. Im Gegenteil, ich finde, das Ei hat auch eigene Rechte verdient. Ich möchte hiermit für die Rechte des Eis demonstrieren. Lautes Gelächter. Maya setzt sich vor das Ei. Es ist ein Lebewesen, auch wenn es anders aussieht als ihr. Sophie ist mittlerweile auch wieder im Saal und ist ganz überrascht, ihre Freundin dort oben auf der Bühne zu sehen. So lange kennen sie sich noch gar nicht. Maya ist erst seit einigen Monaten in der Stadt. Jetzt tut sie so viel leid. Die Leute werden sich die Mäuler über Maya zerreißen. Die Eischutz-Tussi werden sie sie nennen und Schlimmeres. Maya ihre Maya. Die, mit der sie lachen kann. Die, mit der sie weinen kann. Die Freundin, mit der sie nachts um zwei einen Kuchenteig rühren kann, nur um einen Kuchenteig zu essen. Aus Bock. Die Freundin, die noch neu ist und doch schon so nah. Die Freundin, die sie braucht. Sophie nimmt all ihren Mut zusammen. Dann klettert sie auf die Bühne und setzt sich neben Maya vor das Ei. Lisa Bunse übernimmt das Mikrofon von Maya. Liebe Bürgerinnen von Zwenkau, ich kann mich meinen Vorrednerinnen nur anschließen. Das Ei hier ist gleichzeitig Segen und Fluch. Spannend ist doch, wenn die Wünsche sich nur auf dem Zwenkauer Stadtgebiet erfüllen, was könnte man wünschen, um einen größtmöglichen Einfluss auf die Verbesserung der Welt zu haben? Könnte sich nicht jemand wünschen, dass ein Medikament gegen Krebs in Zwenkau erfunden wird? Oder, 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 ich habe Lust, so eine Arbeitsgruppe zu gründen. Ideen zu sammeln und auch Interessierte zusammenzubringen, die ihre Wünsche für das Gemeinwohl zur Verfügung stellen. Nein, meldet euch bei mir. Ich verspreche euch auf jeden Fall auch medialer Aufmerksamkeit. Na, dass Sie das gut hinkriegen, haben Sie ja bereits gezeigt, steigt Gisela Winkler in ihrem Timeslot ein. So oder so müssen wir uns als Stadt gemeinsam verhalten. Es ist ja mittlerweile sogar in den bundesweiten Nachrichten angekommen. Lisa Bunse nickte zufrieden. Sie freute sich sehr, dass sie eine Platzierung ihrer Story bei einer großen deutschen Tageszeitung geschafft hatte. Welche? Das tut ihr nicht zur Sache. Und vermutlich würde Lisa Bunse dies auch nach weiteren Schritten in ihrer journalistischen Karriere aus ihrer Vita löschen. Ich möchte nun hier einen ganz konkreten Vorschlag machen. Mein Grundstück soll ja allen zugute kommen. Ein Ort für uns Zwenkauer ist, gemeinsam darüber zu beratschlagen, was in Zukunft dort passieren soll. Für uns. Ohne Profit. Ohne irgendwelche Leute, die von irgendwoher kommen und besser wissen, was gut für die Stadt ist. Was wir damit machen, werden wir gemeinsam entscheiden. Applaus aus dem Publikum. Gisela Winkler trat langsam in die Mitte der Bühne. Bis dahin stelle ich es zur Verfügung, um das Ei öffentlich auszustellen. Es ist hier in Zwenkau aufgetaucht und wir sollen es nicht verstecken. Ich wünsche mir, dass sich zum Abschluss dieses Bürgerdialogs alle dafür entscheiden, das Ei in der Welt zu präsentieren. Gesichert natürlich so, dass nicht jeder einfach wild herumwünschen kann. Entscheidungen im Bürgerdialog können nur umgesetzt werden, wenn sie einstimmig angenommen werden, rief Annett Müller. Gisela Winkler legte die Hand auf das Ei. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Heben Sie die Hand. Das Ei leuchtete. Die ZwenkauerInnen hoben die Hände. Hände mit und ohne Ei male. Hände von EigegnerInnen, EiliebhaberInnen. Alle fanden die Ausstellung eine gute Idee. Zur Überraschung aller erschien auch der Bürgermeister wieder im Saal mit erhobener Hand. Patrizia Wolf biss sich auf die Lippen. Sie versuchte, ihre Hand festzuhalten, sich darauf zu setzen, aber sie konnte nichts dagegen tun, dass sich ihr Arm in die Luft erhob. Professor Reich Baumgarten vergrub sein Gesicht in seinen Händen. Das Licht des Eis blendete ihn. Und plötzlich war er draußen. Die Sonne schien. Plötzlich hatte er wieder einen kleinen Körper und einen leichten Kopf. Der Schaufelradbagger, der in den Tagebau überführt wurde, ragte vor ihm auf, wie ein gewaltiges Urwesen. Reich reichte seiner Schwester die Hand. Sie schauten sich an. Wie bei der Menschenkette, die war noch nicht so lange her, da waren sie zusammen mit ihren Eltern hingegangen. Es war gut ausgegangen. Zusammen bestaunten sie nun das menschengemachte Riesenwesen. Es würde ihnen nicht gefährlich werden. Der Tagebau würde Zwenkau nicht fressen, wie die Nachbarorte. Ihr Zuhause war sicher. Sie waren sicher. Herr Baumgarten, fragte Annett Müller. Haben Sie sich schon entschieden? Reich schaute sich im Raum um. Überall erhobene Hände. Und da war das Mädchen wieder, neben Sophie. Und neben den beiden Ronny, der es inzwischen auch in den Saal geschafft hatte. Er winkte Reich zu. Dabei konnte man deutlich sein Einmal erkennen. Das Mädchen lächelte. Es war Gilda. Der Professor hob seine Hand. Hier endet nun die Geschichte. Oder beginnt. Ich denke immer noch oft darüber nach, dass ich die Stadt gerne verlassen würde. Ich bin ein durchschnittlicher Typ. Völlig unauffällig. Ein großes Privileg, wie ich gelernt habe, nicht aufzufallen und immer angesprochen zu werden, weil man anders aussieht oder ist. Sondern einfach so zu sein, wie ich bin und nicht wahrgenommen zu werden. So viel anders war es nämlich vor meinem Wunsch auch nicht, muss man ehrlich sagen. Ich werde irgendwann diesen Sommer in einen der auf dem Wohnmobilplatz stehenden Camper steigen, wenn seine BesitzerInnen einen kleinen Ausflug zum Strand herunter machen. Ich werde mir den Schlüssel organisieren und dann damit wegfahren. Den Gegenwert des Campers werde ich in einer auf dem Parkplatz angeschlossenen Geldkassette hinterlassen, deren Öffnungscode das Kennzeichen des Fahrzeugs sein wird. Ich muss es dann nur schaffen, ungesehen bis zur Stadtgrenze zu kommen. Was in meinem Fall heißt, dass es niemandem auffallen darf, dass ein Fahrzeug mit vermeintlich leerem Fahrersitz durch die Gegend fährt. Außerhalb der Stadtgrenze werde ich dann wieder sichtbar werden und mir ganz in Ruhe überlegen, wohin ich fahre. Ich kann mir die ganze Welt angucken. Für die Heckscheibe des Campers werde ich mir einen eiförmigen Aufkleber drucken lassen. Wenn du gesehen werden möchtest, musst du deine Heimatstadt verlassen. Vielleicht werden wir einander irgendwo begegnen, aber vermutlich wäre ich ihnen nicht auffallen. Wir können es ja so machen. Wenn ich denke, dass ich sie sehe, werde ich sie freundlich grüßen. Und wenn sie denken, dass sie mich sehen, können sie mich ja freundlich grüßen. Wir sehen uns. Zwengkau, Stadt der Wünsche Entdecken Sie einen Ort mit reicher Vergangenheit und einer bewegten Geschichte. Vom Bergbaustädtchen zum mondänen Ferienort. Genießen Sie das Freizeitangebot. Ob sportlich oder tiefgründig, hier ist für alle etwas dabei. Besuchen Sie auch das mysteriöse Zwengkauerei. Der Legende nach erfüllt es jenen, die ihm die Hand auflegen, einen Wunsch. Ein absolutes Highlight. Eichstatt Zwengkau, die Stadt, in der Wünsche wahr werden. Auch ihre. Wir freuen uns auf sie. Das Wünsche. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.